Herzlich Willkommen bei uns hier im Jagd das Eiden. Ich bin Tim Extra, der Küchenchef vom gesamten Haus. Wir sitzen hier im Restaurant Apicius. Also uns ist es ganz wichtig, die Produkte regional zu beziehen. Das Lamm, das wir heute zubereiten, ist natürlich auch aus der Region. Wir braten das Lamm heute ganz klassisch auf der Hautseite, dass wir auch ein bisschen die Aromatik vom Lamm mit auf dem Fetter haben. Das Fett wird schön knusprig sein. Angemacht ist das Ganze mit leichten orientalischen Aromen. Also wir haben dabei ein bisschen Tabulé-Salat, eine Dattelcreme, Granat, Apfel und etwas Zucchini. Verfeindet wir das Ganze noch mit etwas schwarzem Knoblauch und Ziegenfrischkäse. Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020